Ich, Wolfgang Rademacher, helfe Ihnen auf der www.erfolgsonline.de zu der Einstellung des Niemals aufgeben. Bleiben Sie stark! Überschriften, keine Top-Schlagzeile, keine Top-Umsätze. Wenn Sie im Internet, aber auch in der ganzen normalen Offline-Welt etwas verkaufen wollen, dann kommen Sie um Verkaufstexte nicht herum. Und wenn Ihre Verkaufstexte erfolgreich sein sollen, dann müssen Sie das wichtigste Element dieser Texte absolut erstklassig sein. Die Überschrift nämlich. Denn die Überschrift ist der Verkaufstext für Ihren Verkaufstext. Die Überschrift ist das Leuchtfeuer, das Ihr Angebot die notwendige Aufmerksamkeit verschafft. Zugleich muss die Überschrift so kreativ und zündend sein, dass die Leserinnen und Leser neugierig gemacht werden und sie begeistert in den eigentlichen langen Verkaufstext vertiefen. Anders gesagt, ohne zündende Überschrift keine Umsätze. Allerdings ist es gar nicht so einfach, die Top-Überschrift für Ihren Text zu entwickeln. Gestandene Profis beißen sich an dieser Aufgabe oftmals die Zähne aus. Wenn die wüssten, dass sie das eine geniale Anleitung gibt, mit der sie einfach und zuverlässig zu Top-Überschriften kommen, auf die richtige Schlagzeile kommt es an. Verfasst wurde dieser Ratgeber von mir. Ich, mit allem wassangewaschener Internetmarketer, setze seit 2008 systematisch Newsletter-Werbung ein, um meine Buchproduktion zu verkaufen. Ebenfalls seit dieser Zeit analysiere ich eine der besten Überschriften-Schmieden, die es in Deutschland zu bewundern gibt, die Bild-Zeitung. Über den moralischen Stellenwert dieses Boulevardblattes darf man trefflich streiten. Unbestreitbar aber ist, die Bild-Zeitung verkauft sich allein über die Überschrift auf ihre Titelseite. Wären diese Überschriften wirkungslos, wäre die Bild-Zeitung längst in der Versenkung verschwunden. Da aber genau das Gegenteil der Fall ist, ist auch der gegenteilige Schluss zulässig. Wenn Sie als Marketer Überschriften kreieren, deren Strukturen an die Schlagzeilen der Bild-Zeitung angelehnt ist, dann werden Sie damit die Aufmerksamkeit und die Verkaufserfolge erzielen, den Sie sich als Unternehmer wünschen. In meinem Ratgeber, auf die richtige Schlagzeile kommt es an, liste ich Ihnen alle Erfolgsfaktoren auf, die nicht nur die Bild-Zeitung so erfolgreich machen, sondern die auch Ihre Überschriften jene an die magiegrenzende Wirkung verleihen, Menschen für ihre Produkte und Dienstleistungen zu begeistern. Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, können Sie im Handumdrehen Überschriften kreieren, die Ihre Leserinnen und Leser einfach nicht ignorieren werden. Sie werden Ihre potenziellen Kunden emotional packen und geradezu dazu zwingen, Ihr Portemonnaie zu öffnen und Ihre Ware zu kaufen. Basis dieses Ratgebers ist nicht zuletzt der geniale Überschriftenbaukasten. Hier finden Sie 3000 praxisbewährte, hochwirksame Überschriften aus Profi-Hand, die Sie rasch und mühelos auf Ihre eigenen Bedürfnisse umformulieren können. Auf diese Weise werden Sie die perfekte Überschrift für Ihren Verkaufstext demnächst locker aus dem Ärmel schütteln können. Und während Ihre Konkurrenz noch über die richtige Überschrift brütet, können Sie bereits ordentlich kassieren. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsanline.de. Wir sehen uns, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Grademacher.